Ah so, ich wollte nämlich sagen, dass ich nix bekommen hab, ey. Kannst du so reinkommen, Miri? Äh, ich schau ihn jetzt. Tut mir leid. Ich will grad nochmal rum bei René. Ich liebe den Level, ey. Netzwerkverbindungsfehler. Ja, ich weiß. Der Horst ist ja auch geliebt. So, zurückgeladen. Dann schauen wir nochmal. Ist okay, wenn du bist am Aufnehmen? Äh, ja, bin schon am Aufnehmen, also. Ich schau grad die Cutscene an. Ah, okay. Oh, zusammen aufbrechen. Ich steun dann jetzt. Mhm. Hast du meine Einladung? Ja. Erfahrene... Ich liebe diesen, diesen Level. Der ist mega. So. Der Chap ist hier, Bitches. Wo ist der Hässliche? Ah, da ist er doch. Wo ist der Hässliche? Der... Hehehe... Oh Scheiße, ich bin der Einzelne, der nicht auch bereit ist. Lost. Okay, auf geht's! Machst du einen Auf Carrier? Ja, okay, dann hauen wir die scheiße aus den Typen raus. Alter, meine Augen müssen sich grad mega dran gewöhnen, dass ich die Lichter an hab. Alter, das nächste ist auch so eine Lehre für mich, ich hab Vita- Jetzt geht es nicht, oder was ist der Michi? Oder was ist der Michi? Ich glaub der Michi hat's, ich hab's nicht Vor allem, ich hab eh einen Vita-Ring Ich hab sowieso einen Vita-Ring, brauche ich gar nicht So, Alter, ich hab vergessen, wie er Sachen aufnimmt Schon lange nicht mehr gespielt hier, okay, läuft Das klingt wie bei Mr. Miyagi, Alter Oder nicht? Oh, Bruder! Die Musik, du Schmutz, Mann Hier, schau, da ist deine Mutter 36 Geld, ne, danke für gar nix Schwutz, da unten sind noch Viecher Da, da ist deine Mutter, hier Jetzt kommt das Geschwätz Das ist das Geschwätz schon wieder, Alter Ah, meine Ohren werden schon wieder vergewaltigt Von den Kopfhörern, Bruder Ah, Bruder! So läuft's so hin? Alter, irgendwas hat mich mega gestunt, Alter Sorry Meine Ohren haben mir gerade zu schaffen gemacht Warte mal, wie konnte man das nochmal machen, Alter? Ich hab keine Acht da oben Ich heilt ja keiner von den Schmutztypen, deswegen muss ich's selber machen Ja, der Mini, der Fick Aber ich mach's selber Hab ich gestern zu der Mutter auch gesagt, komm, weiter geht's Das dauert mir zu lang Wir da, Huhn Er hat aufs Maul gekriegt, der Junge Das sind das Engel Wer auch immer Das Engel, glaub ich Ich hab's jetzt aufgehoben Jetzt scheiß drauf Wir fahren ja Stunden rummachen Fire! Achtung, exploded Und ich renn halt voll rein Wie so ein Dulli Auf geht's, Alien Meier Alter, mit Lichtern siehst du halt hier gar nichts Ich glaub nur euch hinterher, Bruder Weil's besser aussieht Und ich jetzt da die ganze Beleuchtung anschmeißen wollte Dieses Nvidia Broadcast kann gar nicht früh genug kommen Mutter, deine Mutter Oh, Achtung, Bruder Geh halt mal weg, dummes Alien Was machst du? Wenn du plackt oder poisoned bist oder irgend sowas Nicht nehmen, nicht nehmen Entschuldigung Aber es war eh nur Sanitas Das war gar kein Vita, du Schmutzmann Das war ich ja Spaß, wie sei dir Da ist Vita, spielt ja kein Äh, das heißt Sanitas nutzen wir eh nie Komm, Bruder, was los Hier hau den richtig aufs Maul, jawoll Da liegt irgendwas Ah, scheiße, mich halt irgendwas Geh Stunnen zu Achtung Äh Äh Weiß down, oder? Jawohl, läuft bei dir Oh, hat mich wieder gestand Alter, was klingt das für eine Monster Explosion, Bruder Ist schon ein ganz schön krasser In meinem Baugeld Okay Wie sind das? 5G oder was? 10 Das ist sauber, Alter Ja, genau War nur Spaß, heuer da rum, Hurenzonen Achtung Fleisch erhalten 30 Kill, Alter Die verarschen einen hier aber auch, Alter Ich hab ja kein Damage Kommt schon noch Nimm das Hässlicher Schal wie ein Müllmann Schaolinmensch, Alter Ja, genau Schaolinmensch Komm, Bruder, du wirst doch maximal los Da ist die Kiste Was ist denn der Mutter? Und meister Waffe Sorry, der, der, der Nuker Ja, ja, ist gut Shutdown Hat mir 430G gebracht Ich bin reich Oh, was ist das irgendein Ding? Meister Waffe Schmutz Äh, kannst du schon Bogen Weil Diablo 3 verkauft Oh, ne, kommst du mehr raus Scheiß Bogen Diablo 3, Alter Sommerzeit für Diablo 4, Alter Nimm das Alter Komm, Explosion, die ist riesig Hm, dropp wieder 5G, oder? Na ja, 10 Alter, ohne Scheiß Ey, das ist echt ein Witz Ey, aber die Typen droppen schon schnell, Alter Ey, weißt du, dass du hier so Pay2Win machen kannst, heute bei dem Spiel? Echt? Du kannst dein Gearset kaufen mit 55 Attack Äh, 45 Es gibt keine Waffe, die besser ist im Spiel Alter, Square Enix hat da auch keine Skrippel mehr, oder? Die hauen einfach nur raus, Bruder Das ist ja echt übel, ne? Also, gibt's einmal so Mugel-Waffen und einmal so Apokalypsen-Waffen So lange solche geilen Spiele machen, glaube ich, wird das nie passieren Ich sag, glaube, bei einer 7 Remake Das war eine Offenbarung Ey, Alienschmutz, willst du auch noch irgendwas machen, oder? Nur mal ganz kurz den Karton abwechleicht, ey, ey Das ist wie bei Diablo 3, Alter, da gibt's nix Alter, Alter Ich bin nimmer der Schlimmerer, ja? Wir werden so uns nicht sicher nicht Obwohl, ich muss... Deine Mutter ist alt, Hurensohn Ähm... Ähm... Scheiße Aber muss ich schon zugeben, Props muss ich ja schon geben Was der einzige, der durchgehalten hat bei der letzten Session Achtung Besonders der Jussel-Lutscher Das ist ja immer noch ein Spaß daran gewundert, Alter Ja, ja Aber PUBG-Spielen Spiel, wo noch drei Leute am Server sind, Alter Sieht aus wie deine Mutter Scheiß-Echse Alter, du brauchst grad gar nix sagen, wer wie aussieht Hast dein Charakter mal gesehen? Beleidigung fürs Auge Der Schmutztyp Euer Rettung Da, Vita Ich hab's nicht genommen Ich hab's nicht genommen Ich hab doch gar nix gedrückt, diesmal Ich hab's bewusst gesehen Da kannst du auch nehmen, wenn du magst Scheiß Eis ist das, oder? Ja Dieses Mal hab ich extra den Boomer gemacht, Alter Bevor ich den Scheiß wieder klau Der Mutter ist ja Boomer 36 Tacken, Alter Also wirklich reich wirst ihr wirklich auch nicht Ich glaube, er ist nach rechts, oder? Alter, wir pumpen da rein wie ins Horn, Alter Äh, Leute? Ja, ja, sorry, ich musste kurz mal wieder ausgehen Achso Ich dachte, wir disconnecten oder so Michi? Ja Irgendwie redet keiner und bewegt sich keiner Äh, was ist da los? Da hatten wir gleich die Panik Das war disconnected, Mann Gerade bei dem Spielst du Das ist echt fatal Äh, was ist das? Warte, Mann 45 Geh, Bruder Jetzt können wir richtig shoppen gehen Äh, der andere Greift gleich hin Nur weil ich's gesagt hab Oh, Entschuldigung Ey, da ist ein Ding Ein Artefekt Sorry, ich hab ihn nicht aufgehoben Hier könnt ihr nehmen, Schmutz Jetzt hab ich's Den Scheiß hätte ich wahrscheinlich nicht mal aufnehmen müssen Weil ich hab's sowieso schon wahrscheinlich Ja, safe Dolch Los, lauf mal schneller, alle Ey, ihr könnt mich ja schieben, ihr Scheißhaut Ich glaub, das bringt nix Das geht nicht wirklich, oder? Äh, doch, doch, da geht ja Ach, das bildst du einen, Schmutz Skill Skill, den Leute rumschieben, Alter Hast einfach zu kurze Beine Einzigen Skill, den du hast, ist Mülltonne ausleeren Achtung Wie er auf den Typ als Scheiß Hauptsache, er wird nicht getroffen Bruder, muss los 45, Sü Alter, ich hab irgendwie Slow drauf, oder so Oh, Alter, deine Mutter Das ist wie der Engel, hab ich schon So, jetzt hast all deine Zauber Willst jetzt weniger rumheulen Stimmt Wo ist ja der White Bob Ey, ist hier nicht dieser Drachen-Zombie-Hurensohn? Oh, nein Dieser, dieser Gegner, Alter Da ist nach oben Äh, müssen wir zuerst nach unten Oder nach oben? Äh, wir konnten hier links runter noch looten gehen Ja, geh mal hier links Da rechts geht's weiter, du Schmutz Kiss der Ja, aber da kommen wir sowieso vorbei Kiss der Was hat er drehen? 100G Wuhu Da rechts, glaub ich, geht's wirklich weiter Aber ich glaub, oben ist auch eine Sackgasse, Michi Ne, oben führt doch zusammen Achso, okay, dann komm zurück Sorry, Nordin Ach, scheiß, geht das Vieh erstmal, Leute Scheiß, dann killen wir keine Scheiße Doch, wir kommen doch da noch lang, du Müllmann Äh Vogel kaputt Wo ist denn da ein Vogel? Alter, ist der Lust Norden hat seinen Job zu machen Hat uns gehirn Äh, geil Ich glaub nicht, ich hör noch zu, was nützt ja der Müllmann Äh, 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 außer zum Rumschleppen dieses Dings Äh, dein Vater, ich hab immer dicke Eier, dein Mutter Da, schau, der Froschmann, sieht aus wie dein Vater Äh, äh, ähh, äh, 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 das ist deiner Mutter hier af Huhu Was denn für ein losster Schmutz, Mann? Wollte'n ja mal das Ding tragen, Alter E tentend Was laberst du denn für'n Schmutz? Sei halt ne Frau, Alter Die Oberarme, schau mal diesen Lappentypen an, den ich da spiele. Sieht aus wie ein 15-jähriger Junge. Ohne Scheiß, du bist so ein Hai-Auge-Typ, oder? Ja. Ich bin gar keine Frau. Bruder, ey. Ihr habt keine Frau. Sorry, Alter. Sorry, sag ich jetzt mal nichts mehr dazu. Das war nur der Schmutz, der Typ. Jetzt stirbt halt, Frosch, Mann. Jetzt. Schau, wie dieses... Weißt du schon, das dumme Alien rennt halt einfach raus ins Miasma. Ja, kriegst du looten. Ja, entnimmt halt keiner mit. Läuft bei euch. Alright. Ach, Scheiß drauf. Und das droppt's. Drei Gil. 30. Sü. Hier kamen doch auch diese fetten Bienen, oder? Ach, das waren keine Bienen, halt so fette Falter, oder was auch immer das waren. Ja, die Sementis. Ja. Aber kam die nicht auch nach unten? Ey, irgendwie droppt man das hier immer. Das liegt, glaube ich, an dem Ding, an dem Steg. Hm, bist du fett geworden, Mann. Also gehen wir jetzt erst nach rechts, oder nach oben? Ist das egal. Ja, lass nach rechts gehen, Mann. Oder bin ich total bescheuert? Was hast du gemeint? Ja, hab ich da gerade ein Mäh im Hintergrund gehört, oder bin ich total bescheuert? Also bei mir nicht. Ich hör aber auch irgendwelche Geräusche, Alter. Oh, nein, dieses Wort! Ja, lass mal den Typen mitdragen. Ach, ja, komm, Alter. Scheiß auf den. Hängt ja eh gleich und geht drauf. Da lach ich mal den Arsch ab. Ich hab Engel dabei. Könnt den Rage nicht. Geh nach rechts. Nee, man läuft auch hinterher, äh, automatisch hinterher. Ja, irgendwie sah das aber gerade aus. Mit Trilpanzer, Bruder. Auf geht's, warte. Bist du dir sicher, dass das oben zusammengeführt hat, Bruder? Ja. Der ist doch gar nicht sicher, der ist. So. Ich glaub, du laberst Lellek-Müll. Ich glaub, oben geht's weiter und unten rechts geht's nicht weiter, Alter. Schau dir den Scheiß doch erstmal an, Alter. Komm ran, hier. Also unten rechts geht's nicht weiter. Schreiß denn du so rum, meine Ohren, du hässling. So, und dann links führt es gleich zu dem Stegen runter. Hier geht's dann zu dem Steg. Also ganz rechts geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Und was ist oben? Keine Ahnung. Ich dachte auch, oben geht's weiter. Ja, können wir nochmal klicken. Weil hier ist, wie gesagt... Alter, drei loste Typen unterwegs. Unglaublich. So, hier, siehst du's? Ja. Lass oben weitergehen, oder? Ja, lass oben weitergehen, Mann. Weil ich bilde mir ein, oben geht's wirklich weiter. Und wenn wir rechts gehen, geht's nach unten. So war das. Verpiss dich scheiß, ey, jem Gesicht. Frag ich denn jetzt eigentlich wieder den Müll? So ein Lellek. Oh nein, zeig den Müll schon wieder. Nee, geht halt. Ihr kennt euch ja richtig aus. Weiß drauf, ob die Kille. Da ist Artifakt, bitches. Ach, mir ist grad nicht fähig, war das aufzunehmen. Nimm mal das Teil, Lellek. Wie er sich angesprochen fühlt und es nimmt. Vergiss es, Alter. Oh, hier ist noch Kohle, Bruder. Läuft, 30 Kills. Lass mal den Typen schieben. Ja, 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 komm. Trinkt eh nix. Na, hast du gesehen? War vorgeleckt. Also zumindest auf meinem Screen. Müssen wir nicht hier erst runter und dann nach unten, ne? Jetzt rechts. Ja, genau. Und jetzt müssen wir nach links aber da unten. Genau. Rechts geht es nämlich weiter. Nee, nee, von da kommen wir. Nein, kommen wir nicht. Ich verwende meine Titten. Da unten ist ein Gegner. Du Schwanz. Da hast du wieder einen Schmutz. Der Lost ist der von allen erzählte Geschichten. Da unten ist auch eine Kiste, weil wir ja Kiste liegen lassen, Alter. Sagt da nix. Meins hält er halt einfach nur das Maul. Nee, ich hab mich getäuscht. Hehehehehehehehe. Hehehehehehe. Krillere, man hat keiner gebraucht. Das ist richtig. So. Na, haut das Viech mal weg. Dann mach ich halt nix mehr. Das passt schon. Bisschen chillen. Die drei Gills haben die Arne mal auf. Sehe ich gar nicht mehr einen. Weil jetzt geht es nämlich runter zu diesen fliegenden Viechern und da unten gibt es einen Arteffekt, glaube ich. Ich meine, da waren zwei Thronen sogar, glaube ich, ne? Noch. Komm gleich zu, wir. Nimm gerade auf. Achso. Ja, nach der Runde machen wir dann Pause, Leute. Dann ist es soweit. Alex ist eingetroffen. Und du hast den Weg. Ja. Geh ich kurz raus und dann... Komm hier wieder und dann machen wir weiter und dann schauen wir uns das PS5-Event an. Der Dully läuft rein. Ey, der hat ihn nicht mal erwischt, Alter. Natürlich nicht. Ja, voll der Bug. Voll der Cheater. Und du brennst, glaube ich, kannst das Ding nicht länger halten. Ja, das ist ja genauso wie Poison. Was halt total lächerlich dann später wird. Ja. Aber was sie sich damit einfallen lassen haben, das ist ein großer Schmutz. Jetzt, glaube ich, kommen diese fliegenden Viecher. Genau, jetzt kommen die Mantos. Aus wie so ein... Ich dachte... Also, ich fand, die sahen voll aus wie so ENMs, aber das ist einem nur ein Standard-Bob-Gegner. Stipp, halt! War schon wieder. Dann der gedroppt. Ja, komm, Alter. Der Phil, lass dir mal den Krug fallen, ey. Kommt, glaube ich, noch zwei, drei Stück von denen. Sorry, Leute. Komplett lost. Aber wenn ich nicht auf die Mini-Map schaue, dann sehe ich gar nichts. Tank das weg. Oh, scheiße, hat er mir ja nicht geballert. Also, ich muss sagen, wenn du einmal durch bist und dann in die schwereren Sachen reingehst, das ist einfach nur noch Schmutz. Ja, aber du kannst irgendwie nichts Neues mehr kriegen. Irgendwie im Vergessenen, die haben es da neue Levels gemacht, aber Endgame-Content in Richtung Gier... Doch, 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 doch. Echt? Am Ende kriegst du neue Baupläne und Schriftrollen für Rüstungen und Waffen und sowas. Und Materialien musst du dann in den Leveln selbst sammeln. Aus den Truhen oder... Ja, aber das Zeug ist Schmutz. Im Gegensatz zu dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir ja die Tabelle mal von dem Gierzeug angeguckt. Das ist Schmutz. Ja, vor allem, es macht einfach keinen Spaß. Du wirst die ganze Zeit nur interrupted aus deiner Kombo oder sonst was. Was jobbt ihr wieder? Oder es ist halt die ganze Zeit nur gepoisoned oder sonst scheiß. Die Buffs. Wie man anderen einfach voll verrecken lassen. Da haut mal den Spaß die weg. Ach, Mann. Ist das irgendein Ring? Ist das der Vita-Ring? Oha, Bruder. Also ich brauche keinen, also könnt ihr euch drum streiten. Am besten in Norden. Ja. Ja, 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 ja. Ja, außer der Michi will ihn haben, dann nehme ich was anderes. Ach, Quatsch. Wie gesagt, nach der Session super durch. Damit fasst ich das Spiel sowieso nicht wieder an. Ja, ey. Wenn es zumindest richtig geilen Deal gäbe, den du noch farmen kannst. Und der dich dann richtig babber macht. Aber das ist voll nutzlos, das weiter durchzuspielen. Wie gesagt, mit D. Was? Gibt doch eine Art Ultimative. Ja, aber der ist Schmutz. Und da muss irgendwie... Ich check das so... Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, Alter. Das check ich sowieso nicht so ganz. Du musst irgendwie... Dein Vater muss Schmied sein. Und noch was. Und noch was. Und noch was. Wie soll das nicht? Das ist genau das. Das check ich irgendwie nicht. Ja, ich erinnere mich dann immer dran. Ich dachte, ich konnte mir damals alles craften. Ja, aber ganz ehrlich, Mitril reicht für die erste Kampagne. In dem Sinne. Was? Ich habe schon was an. Wir haben kein Mitril, glaube ich, an, oder? Ich habe Mitril und Titanium. Echt? Also, ich glaube, ich habe giertechnisch bessere Sachen an. Ja, du konntest ja auch dieses eine Zeug, diesen Donnerarmband oder so ein Scheiß-Craft, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch ein anderes Schild und so. Ja, ich zum Beispiel trage ja überhaupt kein Schild. Ja, aber das liegt, glaube ich, an deiner Klasse. Genau. Alright. Ich glaube, so weit ist es jetzt gar nicht mehr. Aber der ist schon viel größer, der Level. Ja, ja. Na, ich weiß noch die Wüste, wie lange wir da gebraucht haben, als wir noch nicht gecheckt haben, wo wir... Alter, die Wüste haben wir fertig gemacht, ey. So weit ist es schon noch rumgegammelt, Alter. Auf geht's, weiter geht's. Meine Freunde. Gab es hier nicht BMOVs? Ja. Da ist einer. Ich schenke den. Ich kümmere mich um die Heiz. Die sind die Meteos. Äh. Irgendjemand sollte mal heilen? Ja, ja. Oh, da ist Aureal. Kommt, Nordian. Nimm das auf jeden Fall mit. Oh, das war gerade ganz normal. Wenn das gleich so mit der Mensch macht, dann geht's nicht wieder. Wärst denn nur du drauf gegangen, Michi, du Schmutz. Ich bin nicht draufgegangen, safe not. Du hast wenigstens HP gehabt, gerade, du Müll. Ja, aber ich bin nicht draufgegangen. Ja, du wärst auf jeden Fall draufgegangen. Hey, 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 hey. Oder hätte unser Heiz einen schlechten Job gemacht. Ich glaube einfach, dass du squishy wie ein Müllmann bist. Oh, die scheiß Viecher, Alter. Die kannst du das stundelang draufhauen. Na, dann brauchen wir noch Magic, oder nicht? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Jetzt sollte ich mal mit draufhauen, vielleicht. Jetzt dann was. So, läuft. Ja, endlich mal da. Ja, da war schon. Von denen braucht man ja auch irgendwas Gutes, ne? Ja, ich glaube schon. Das Blitzgezauber klingt übrigens ultra wie bei Matrix, wenn die Viecher durch die Gegend da fliegen. Diese blaue Seite. Oha. Das ist, glaube ich, pretty rare. Ich meine, das war es sogar gewesen. Wieso werden die immer gekloppt haben? So, lass mal hier hochgehen. Ja, ja. Ja, ja. Das hört sich, warte mal, das hört sich irgendwie aus, wo ihr aus Smash. Ne, das ist das Legend of Legaya, Alter. Solche Spiele hast du noch, da warst du noch, Abrams Wurst, dass du jetzt solche Spiele durchgespielt hast. Das war sau-schweres Spiel, Mann. Alter, richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich das 1er je durchgezockt habe. Ich glaube, 2er, aber ich weiß es nicht mal. Wir haben das nie durchgezockt. 2er habe ich durchgezockt, das weiß ich. Ich habe es noch mal versucht, irgendwann, Kevin. Und dachte, ich mache es das Mega-Pro-mäßig, aber da kam wieder eine Stelle, wo ich mir dachte, oh, what the fuck. Ja, aber bei Xenogears, ey, da sind alle ausgestiegen, außer ich. Und es hat mich zwar ungefähr gefühlte 5 Controller gekostet, aber... Ach, ja. Genau, das ist dann Tier-Tan, ja, meine ich. Ich habe mir letztens so gedacht, warum killen wir eigentlich Gegner? Die geben nicht mal XP, die Schmutzviecher. Naja, dann... Ja, manchmal können sie halt Artefacts haben. Ja, aber ich meine jetzt so, also diese Average-Bob-Gegner, die droppen halt keine Artefacts im Regelfall, sagen wir es mal. Ich sage mal, den Skippy, was ist das? Ja, den da, den kannst... Ja. Alien-Ficker, was jetzt? Helft mir gar nicht. Ja, komm, hau drauf jetzt. Schau eh gleich vorbei. Ja, komm, kill alles. Du brauchst eh noch Geld und Gier und was weiß ich. Ich komm schon, geh ruhig weiter. Anna hat mit ihrem Baseball-Bett draufgeknüppelt. Mit dem scheiß Fun-Wender, Alter. Alter, irgendwie hat jetzt den Sound-Effect, wenn wir... Echt? Hast du jetzt nichts mehr, oder was? Ne, äh, die Sound-Effects. Kennst du das manchmal, wenn die Sound-Effects fangen? Ja, ja. Fire! Irgendwann seinen Hintergrund-Sound höre ich aber trotzdem. Na, mach schon mal ein bisschen leiser. Ist ja wieder ein... Ach, nee, das ist bei uns draußen, hier in Real-Effects. Ja, da ist ja voll los. Achtung, Behemoth. Halt mich mal... Halt mich mal am Leben, du Müllmann. Er hat diesmal wahrscheinlich wieder nur 3-Gil gedroppt, der Schmutz. Äh, ich sag 20. Bei mir war'n's auch 50. Ich will mich betrogen. Michi wird schon schlechter bezahlt, weil er einfach ein Schmutzviech ist. Hä? Ich hab jetzt schon mal ohne mich. Ja, 1000 Gegner. Behemoth. Achtung, Idiot, aber oben. Deckt euch mal ein Stück hin. Deckt euch mal ein Stück hin. Ja, ja, warte, weil ich gehen. Aber erst mal ein Schargegen weg, oh Mann. Da ist noch einer. 50 Bugs, Bitch. Ey, sieht man halt einfach nicht. Alright. Da ist noch ein Fisch. Aufheben. Da oben ist der Kiste. Wir müssen eh wieder runter. Kannst du deinen Fisch dann mitnehmen, du Müll. Hey, hol'n Panzer. Hey, hol'n Panzer. Muss ruhig links rum und dann hoch. Das könntest du sagen. Hast dein Fisch. Ja, ja. Der Müllmann hat mich gestumpt. Ich hab' den Eindruck, ey. Aber es liegt daran, dass die wohl eher Magic Freaks sind. Oh, ich hab' Erz gepackt. Schön. Meinst du, euer Alkommander was? Jep. Dann stellt mir die Blumen ab. Mehr als drei Buchstaben. Erz. Du Schwarz. Der Spruch war gar nicht schlecht, Alter. Du bist was. Das hat mehr als drei Buchstaben, Bruder. Das war nicht schlecht, ey. Ach, ja. Wenn das so nicht wahr wäre. Ja, genau. Wollte grad sagen. Spätz dich. Will einer da hinten Vita aufnehmen? Das. Nein. Weiter geht's. Das ist schon wieder für Schmutz. Mit Riedelriemen. Jetzt ist doch bald mal Feierabend hier, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ja. Dann haben wir gleich, dass man noch ne halbe Stunde Bossfight. Ja, genau. Scheiß Schmutzgegner. Das ist so ein Schmutzgeist. Noch zwei Stück von denen. Ich greife die ganze Zeit das Alien an. Ja. Sehr schön. Das wäre jetzt Bronze. Alter. Das ist half nichts. So, hat er aber mal einen richtigen fetten Drop dagelassen, der Düt. Wow, fuck. Wie ist er ein Loster-Spaß? Steht auch noch am Weg. Ja, das gehört zu. Mensch, hat er gleich richtig, Alter. Boah, Alter, wie viele Abzweigungen gibt's denn hier noch? Aber das führt zusammen, lass über links gehen zuerst. Kommst du da ran? Ja. Wunder, Wasser. Zu blöd, Geld aufzusammeln. Unglaublich. Oh, muss passen. Ja, lass rechts lang gehen. Ey, Düt ist da. Oh, was ist das? Silber wahrscheinlich, ja? Eisen, läuft. Toll, Alter, das ist voll wert, oder? Ja, wir gehen mit zum Bot, oder? Jo, da war ja nichts mehr. Alter, der Scheiß-Gegner ist... Aaaaaaaaay. So, ich führe einfach und dir... Da kommen ab und zu ein paar Ads... Ah, Deathfighter ist einfach nur eine Rotze Ich check immer noch nicht, was das mit diesem Goblin und diesen Truhen zu tun hat Check einfach nicht Gibt's deine Mutter Ist das normal, das du lang lädt oder lädt das bei euch nicht? Ja, ich denk's mir halt auch grad, bitte stirbt nicht Oh, jetzt geht das Echt? Bei mir nicht Zumindest Punkte sieht man Also ich... Ich hör's regnen, ah jetzt hat Zumindest der Dude weg, jetzt hat Was hat's mit dem Müllmann da auf sich? Das ist ein Scheißgeschmutz Meiner latscht da wohl los lang Hallo Ja, du bist hässlich Was, was soll das? Was soll der Schwachsinn? Das war übrigens aus dem Bahramut von oben Du bist doch der Zombie Dragon, oder? Ach nee Das ist doch der Zombie Dragon, oder? Das ist doch der Zombie Dragon, oder? Ach nee Das ist doch der Zombie Dragon, oder? Fuck Schmutzfalt Voll Ich weiß schon, ob wir jetzt mit unserem Gear da ein bisschen schneller Aber ich bilde mir ein Beim letzten Mal ging das auch nicht unbedingt schneller Ah, Bruder, hab ich gleich fürs Deiners Das Lied vom Nord in seiner Playlist Warte Oh shit Ja, Jungs, seid ihr schon wieder gestoned Ah, Bruder So, jetzt musst du halt warten, bis der vorkommt So kannst du ihn fast gar nicht damagen Ja, okay, dann... Weißt du was, ich versuch mal wieder auf ihn zu casten Nein, 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 das hab ich schon Das funktioniert nicht Oh, voll neigelaufen wie so ein Juli Wir haben alles probiert Ja Weil ich dachte mir auch, das kann doch gar nicht sein, dass das so wenig abzieht Jetzt kann man ihn angreifen Jetzt wieder nicht Jetzt wieder ein bisschen Aber... aber nuken kann man ihn Ja, nuken doch Hat jemand Sanitas auch gelogen von euch? Ja, aber scheiß drauf, Bruder Dann küre die einfach durch Ja, ich nuke den gerade erstmal Also, seht ihr das, was dein Purbel ist? Das ist fast alles mein... mein nuken gewesen jetzt Nein, das ist Bullshit, was du laberst. Dein Scheiß-Nuke zieht fast gar nichts ab, du Müllmann. Du musst mal drauf achten. Okay. Ist das mal silenced worden, Alter? Ja, ohne Witz. Shut up, ist das. Silenced worden. Ja, in einer anderen Form silenced. Du hast einen Snare abbekommen. Hier, das machen wir das Damage, du Müllmann, mit deinem Müllcast. Hier, das zieht nichts ab, dein Schmutz. Geht gleich drauf, Alter. Fuck, jetzt habe ich auch noch was. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, da was auszuwählen. Hast du ihn geraced? Nein. Warte, ich mach gleich. Pass mal auf mich auf gerade, ich muss das kurz auswählen. Scheiß Schmutz. Wo ist denn der da? Bleib stehen! Ich sag noch, bleib stehen, Bruder. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Alter. Wollt bei mir. Power-Tür einfach mal rein, ne? Ja, ja, sehr gut. Damit wir gleich damit machen können. Das ist Schmutzdrachen. Was hat das für eine Range überhaupt? Ey, ist das lächerlich. Der Stunt-Ein auch ständig weg. Jetzt können wir den Schmutz auf. Aber solange er da so bleibt, bin ich dankbar. Ich auch. Achtung! Schmutzatem. Ne, der kommt jetzt erst. Oder? Ne. Jetzt, Rett! Das hört sich an wie bei so einem Karate-Film, Alter. Fuck. Das stimmt doch, Mann. Oh, fuck! Stimmt jetzt, Müllmann. Alles down. Es geht trotzdem schneller als... Ich weiß noch, wo wir das erste Mal gemacht haben. Die fasse halbe Stunde ist scheiße. Hat uns aber voll einig geballert. Warum tanken ich den? Oh, ne, ne. Du wolltest den Schaden machen. Der Diss, Alter. Kannst dir aber weiter, Typen. Jetzt halt mal die Bubble. Da ist schon ziemlich hart, äh, hält drauf, irgendwie, aus irgendeinem Grund. Ja, ich mach viel Damage bei meinem Kopf. Sorry, jetzt halt, äh, sorry, du hast selber aufgelegt, du Müllmann. Wie wär's denn, wenn's die Apps nukst, dann zieht's wenigstens was ab! Scheiße, Mann. Der andere packt's wieder gar nicht mehr, ey. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Hi, die meine Bob! Alter, wenn der dich jetzt gesnipet hätte, dann hättest du den Autoarzt rufen müssen, Alter. Wäre jetzt Feierabend gewesen. Ach, ja. Äh, schon lange hat der Mitch, fällt mir auf, aber der ist halt, ist voll weit weg. Ja, ich bin denn am Nuken bin. Ne, weil du eben nur am Nuken bist und soffn bist. Einmal. Einmal, wie so ein Nazi, Alter. Was ist bei dir denn los? Hey, Mann. Ich bin auch immer beim Pepper Fight. Stehenbleiben. Kann man den auch mal wieder hitten? Ja, ist es. Hau dir um die Nasen. Das ist so künstlich extended, das Fight, Mann. So, weil der Dooley die ganze Zeit da hinten abgammelt. Kann man das wieder auf Dodgen? Ja, wenn du ganz nach rechts läufst. Ich hab's ja auch gedodged, obwohl ich's jetzt gerade drauf hab. Aber das war noch von vorhin. Äh, schau. Jetzt komm halt vor für deine letzten Atemzüge, Mann. Ich glaub, wir müssen wieder nuken. Und ich sag, ich schwör dir, wenn wir gucken, weil das zieht gar nichts ab. Oh, ich muss mal heilen. Holy shit. Ja, da ist denn Lust. Ich muss mal heilen. Klopp ihn auf die Nase. Ich hab ihn jetzt. Stimmt jetzt, du Schmutz. Ich hab's auch. Heier auf ihn. Das war wahrscheinlich der Killshot, Alter. GG. MVP, alles klar. Ja, MVP in der Mülltonne. What the hell is that? MVP in der Mülltonne. Das ist ein schlechtes Sprügel. MVP im Draufgehen bist du. Dann bin ich eigentlich der Krugschlepper, Alter. Das war jetzt für Nordin sein Progress, ne? Ja, genau. Fast forwardest du das eigentlich immer hier erstmal? Nein, nein, nein. Ich mach das für jeden Level. Gehört dazu, wer sich den Level komplett reinziehen will. Fast forward. Das geht, glaub ich, gar nicht. Oder meinst du jetzt das Fight? Nee, 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 nee. Hier diese Baumsequenz, ob du dir dann vorspulst im Cut, Peter. Na. Ich will lass sie laufen. Ist ja dann der Schluss. Danach geht es eh Cutout. Warte. Ja, jetzt mach den Tropfen endlich, Mann. Was laberst du denn, ey? Kannst du nur widerlich sein, Alter. Ja, der ist einfach nur ein Cringe, der Typ. Es liegt einfach daran, dass ich mit euch vollidioten einfach viel zu dankbar gezockt hab. Glaub ich, es liegt einfach daran, dass du aus Köln Ports kommst, du Assi. Oh, ne Scheiße. Ja, ich zeichne mich nicht als Kölner. Jetzt hast du erst mal wieder Viewer verloren durch den Kommentar. Ja, eine Million Viewer. Ich bin scheiße gelaufen. Ja. Jetzt mal schauen, wie lang. Ein Brief er hat mich dabei. Ein Brief. Von Mutti Obstkern. Der nur Schmutz schickt, das ist einfach unglaublich. Gel bei Fügen. Eine Mark kriegt sie. Alter, du schickst ein Dips und ein Gel. Was ist bei dir los, Bruder? Also so locker hab ich's netz sitzen, Alter. Das sage ich dir, wie's ist. Der hält da auch nicht, bei dem Monster Drops. Kann ich weiter, Kupo? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Jetzt mal. Shit, man. Schaden zu viel. Fiesische Attackenstand halten. Mal schauen. Ich hab ganz schön auf die Glocken gekriegt. Das geht ab. Schau, der Alien ist der Oberschmutzmann. Und der World Heavyweight Champion ist wieder Nummer 1. Ich lass dir den Viterring, ne? Michi, ich würde mal schön geschnauzehlen. Ohne Witz, Michi. Du nimmst jetzt erst mal die Mülltonne aus dem Mund. Alter, stopp. Vielleicht soll ich das Herz nehmen, oder? Oder den Viterring. Also der Viterring ist echt selten, Alter. Ohne Witz. Okay, nein. Mal bitte Viterring. Und da du eh unser Healing Bot bist, äh... Drei Abwehr, gib ihm. Also ich würde dann jetzt erst mal alles anlassen weiterhin. Und, äh... Mach mal auf Ende hier. So, dann geh ich jetzt auf Kuppe auf. Ja, einfach auf Ende, ja. Ja, einfach auf Ende, ja. Zack mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020